Herzlich Willkommen zurück zu meinem, unserem Let's Play Banished von Shining Rock Software. So, wir sind hier immer noch am Bauen und am Abernten. Könnt ihr mal kurzzeitig... Lassen wir es mal ein bisschen ran. Das wollte ich gerade fragen, wie sehen denn die Ressourcen aus? Ah ja, das klingt als würde hier gehackt, genau. Hier sieht es aus, Gadara wird gebaut, Blacksmith hat natürlich die Steine, da fehlen noch ein paar. Wir haben für das nächste Jahr, Early Outing, das ist Frühjahr, Herbst. Wie viel haben wir denn? 1.000 Beans, das könnte knapp werden, noch 125 Potatoes. Ah naja, gut hier, hier. Das sollte noch wirklich reichen. Wir haben insgesamt 21 Bevölkerung. Dann gehen wir mal auf Nummer sicher, sagen hier Beans. Und stellen hier nochmal zwei ein. Keine Angst, die machen jetzt noch nichts. Erst im nächsten Jahr. Und wenn die nichts zu tun haben, laufen die automatisch draußen rum und machen diese Bauaufträge mit weg. Wenn sie die alle weg haben, laufen sie automatisch draußen rum als Träger. Wasserträger heißt Brot und Wasser, ganz wichtig. Was wird denn nun hier, ich habe zwei Bilder. Hängen sie an die Wand. Nein! Ich meine doch nicht die Bilder im Rahmen. Die Bauarbeiter. Ach du, Ackers. Schön. Dein... Na und jetzt? Hast du einmal Gesicht und gehst wieder weg? Und vor allem wohin? Also in die Richtung hier unten, hätte ich ja noch verstanden, aber noch da oben? Was? Ach, geht bestimmt kacken im Wald. Alles klar. Schwacken. Entschuldigung. Ach Mensch. Schönes Flüsschen. Kann ich hier eigentlich auch? In den Fischer hinklatschen? Das wäre natürlich geil. Ja gut, kann ich hier spitzen sicher sowieso, ne? Im Säe macht es ja wenigstens noch mehr Sinn. Ach, was ich hier ganz vergessen habe. Die müssen ja das Zeugs permanent hier hin und her schleppen. Sag mal, hier ist doch alles so verwinkelt. Ich sehe ja hier auch nichts mehr. Ich könnte doch, ich könnte doch, hier ist doch noch kein Donner, ja. Ich könnte doch hier genauso noch, ach, ich sehe es nicht richtig, immer noch nicht. Hier noch, nein, das nicht, das hier. Noch ein Stockpile hinsetzen. Damit die Straße hier weitergehen kann, bauen wir es hier hin. Und dann bauen wir hier noch ein Storchbarn hin. Oh, das ist ja jetzt wieder groß. Das müsste dann die Straße sein. Ach, hier unten ist die Straße auch. Gut, hätte ich drehen können, hätte ich nicht so viel Platz verschwendet. Haha. Soll das noch drehen? Passt hier noch ein Haus dazwischen? Ne, hier passt kein Haus dazwischen. Pause. Ich muss mal kurz hier was abreißen. Genau das da. Pause raus. Storage barn. Drei Hände. Siehst du, hier passt es doch viel besser hin. So nicht, aber so, so nicht, aber so. So passt doch ideal rein, Mensch, oder größer. Ey, wir haben Herbst. Könntest du nicht jetzt schon so so dunkel machen draußen? Ich habe kein Feuerholz. Könntet ihr den mal fertig bauen, bitte? 40 von 45. Der braucht noch Stein. Dann pausiere ich dich mal kurz. Dann könnt ihr den fertig bauen und den fertig bauen. Sag mal, du bist doch eine ganze Weile weg hier, oder? Kacken im Wald. Kann doch gar nicht sein. Bist du das wieder? Ja. Bist du jetzt nicht in der Eintrag? Ist nicht wahr. Hast du einmal zugekloppt und haust ab? Damit du auch noch was zu arbeiten hast, oder was? Da hat's auch noch. Nee. Zurück! Einer von beiden. Jetzt! Das kann befreundet werden. Marsch! Er hätte ich ja wohl den Weg nehmen können. Das geht doch viel schneller. Und hab der den auch noch nicht fertig gebaut. Mein Ohr, was ist denn los? Er verhascht mich doch, oder? Erfolgreich, wie ich sagen muss. Jetzt hauen die wirklich alle ab. Bilder. Ewa ist kalt. Und ist finding some place warm. Juhu. Dann macht ihr mal warm. Kann ja aber nicht sein hier. So, immerhin haben wir jetzt 300 Holz. Das geht. Dann kann ich aber auch als nächstes Projekt. Eisen muss ran. Oh ja, hier haben sie schon schön nackig gemacht. Das ist gut. Hier ist nur nichts passiert. Das ist schlecht. Das Dockpal hätte ich auch gern noch. Denn hier ist... Ja, gut. Ja, bald voll, wenn die Wörter hacken. Galera, ich will den Galera mithaben. Leute, macht ihn fertig. Sonst klatscht's. Das ist kein Ball voll. Genau so. Das musst du erst mal anbrüllen. So, hast den Galera. Jetzt haben wir noch drei Läber. Galera weg. Jetzt bau den Woodcutter fertig. Dann kann ich... Klack. Dann kann ich auch... ...den Plexmus wieder... ...aktivieren, dass der gebaut wird. Und dann... Hier hämmert uns nicht auch jemand. Ach, jetzt gleich alle beide. Machen wir mal einen Blacksmith. Woodcutter können wir gleich einsetzen. Haha, du schleppst es hin und du weißt schon wer da bist oder was? Ach, nee, Quatsch. Du schleppst den Wundersinn. Zum Blacksmith. Jo, kannst du auch. Kannst du auch. Ratsch, 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 ratsch. Euch ist aber klar, wenn ihr an dem Zaun rumbaut, dass dann an der Hütte nichts passiert, oder? Hihihihi. Doch, hier geht das. Hier geht das. Holz 353. Ja, kann man... Kann man so machen. Wie immer noch mehr Steine rumliegen. Das sieht aus wie Eisenmau. Oh, da sind das kleine Steine. Ich weiß es nicht. Sind die schon wieder abgehauen? Ne, schon wieder abgehauen. Schon wieder dauerbar. Jetzt sind es zwei Mädels. Wurs. Tauscht ihr die Klamotten und die Arbeiten, wenn ihr euch aufhämmt da drin? Darf hier jeder mal was machen? Was ist denn das für eine Bude? Hä? Was geht denn hier drin ab? Hm. Vielleicht sollte ich mich das nicht fragen. Blacksmith hat auch schon alles voll. Schule traue ich mir noch nicht. Wir haben neun Kinder. Das ist ja natürlich heftig. Aber ich brauche erstmal noch ein paar Labor. Leute, das geht so nicht. Wir haben sechs Farmer. Ein Gardera, das ist richtig. Fischer brauchen wir im Moment nicht. Hand da haben wir einen. Da hätte ich gerne auch noch einen zweiten. Vorrester haben wir noch gar nicht. Können wir im Moment aber überbrücken. Indem wir hier selber abholzen. Und das wird hier natürlich alles abgeholzt. Bis zu dem Kreis, wo der Hunter ist. Und das ist der einzige Hunter hier. Baaah, hier oben wollte ich das andere Zeug alles voll bauen. Hm, von der Breite her ein paar Felder werden sie. Ich möchte mich nicht so stark auf die Hunter verlassen. Ganz wichtig ist der Handelsposten. Was bist du? Was bist du? Hm, Blacksmith. Jo, bau gleich mal los. Woodcutter ist drin. Herbalist muss noch gebaut werden. Ja, der ist jetzt auch wichtig. Oh, wir haben nur noch einen einzigen Laborer. Dann gibt es einen Bilder weniger. Im Moment gibt es ja auch nicht mehr so viel zu bauen. Der muss dann die ganzen Wege fertig machen. Jetzt wird es schon langsam knapp. Das hier gibt es noch zu bauen. Aber hier machen sie ja schon weg. So, hier draußen klöppeln natürlich auch die Farmer noch mit rum. Und hier eigentlich. Und ja, auch. Was bist denn du? Kannst du das beweisen? Du bist Job Builder. Ach, du machst den Weg hier. Das habe ich auch noch nicht fertig gebaut. Ah, ja, hier. Selbst für einen Arbeiter ist das noch so. Ja, der hat doch zwei. Aber ist der Weg hier ver... Der ist ja noch gar nicht fertig. Ich kriege hier mal weiter vor in den Bildschirm rein. Deswegen nutzen die den Weg auch nicht, ne? Ja. Ich guck. Ich guck. Klopf. 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 So viel zu denen mit den Kindern, ne? Storage for Lock, Stone and Iron is near. Ja, ne? Das ist doch... Dann baut doch mal das hier hinten fertig. Dann könnt ihr da auch hinlegen. Was haben wir im Winter? Ich hab nichts zu tun. Raus! Los! Mach' los, Mumia. Was ist mit dir? Essen. Oh. Wiss ich den... der Hörbel ist. Was? Ach, der braucht Medizin. Ja, der ist doch gerade aus dem Baum. Da haben wir doch noch gar nicht richtig eingefallen. Ah, doch. Remove 1 von 8. Ein bisschen was wurde gemacht. Und könntet ihr jetzt bitte hier wieder... Hallo? Was? Ist denn hier... Ja, aber hier ist doch... Müsst du es auch nutzen. Nee, lieber Steine hacken und packt noch mehr rum drauf, ne? Maaah. Gut. Oder auch weniger gut. Ich könnte dem natürlich entgegenwirken, wenn wir das Zeugs verbrauchen. Und... Ja, wir könnten ja... Nicht nur wir könnten, wir fangen auch an... mit den ersten Steinhäusern. Und zwar hier oben. Damit die kurze Arbeitswege haben. So, die ziehe ich mir beide raus. Und wir dürfen... Oh, wo ist denn... Wir hatten ja schon mal den Frosch geschickt. Wir dürfen ja auch nicht allzu viel Zeit verlieren. Oder ich mit... Häusle bauen. Warten und so. Denn sonst werden meine Leute zu alt. Und... Eins... Zwei... Na, da geht es mir doch nicht mehr hin. Mist. Dann hier. Ja, schön. Machen wir auch Pause. Das ist jetzt nur reine Planung. Oh, und wenn ich hier wieder einen Weg hoch setze. Ach, du bist ja nur... Nur Stockpfeil. Oh, bababababab. Hier werden die Plätze langsam eng. Kriege ich hier eins? Nee, kriege ich nicht hin. Wie weit geht das hinter? Übrigens sollte ich hier auch nicht ganz zumachen, nicht? Es könnte ja sein, dass hier noch eine Mine hinpasst oder sowas. Steinbruch brauche ich auch später noch. Hab ich einen schönen Minenplatz kaputt gemacht. Und hier ist natürlich kein Platz mehr für die Mine. Doch, hier. Hm. Hier eventuell auch noch. Nee, hier kommst du nirgends wohin. Ja, early springen. Das ist schon mal gut. Wo war denn hier der Platz? Ja. Zumindest schon mal pausieren. Nee, da ist die Straße. In der Straße hinklatschen. Stimmt das? Ja. Ihr könntet jetzt aber ruhig auch mal den Hürbelist bauen. Ach so, es ist ja keiner dort, der schleppen kann. Ja. Nahrung haben wir noch 1000. Das zweite Feld sollte ich mir vielleicht auch mal rausziehen. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht zu unübersichtlich. Doch ist es, ne? Ich schiebe hier oben mal zusammen. So, besser. Wie viele Steine haben wir denn? 97, 22 Eisen. Dann bau mir mal das fertig. Ich brauch ja nichts reinlegen. Verstehst du? Also nichts reinlegen, ich meine kein Einstellen. Aber ich hab's dann wenigstens erstmal fertig gebaut. Den brauchen wir ja wirklich nur, wenn irgendeine Seuche kommt. Warnung bringt es mal ein Brunnen. Das ist Hospital. Ist der fertig? Quatsch. Der ist auch noch nicht fertig. Ach, hier ist das Hospital. Verdammt Tags, der Brunnen ist noch gar nicht fertig. Wenn's hier brennt, seid ihr wahnsinnig? Wir haben keinen See da. Manu, 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 was ihr hier mit mir macht. Hier unten sehe ich mal überhaupt ja auch nichts. Mache mal bitte. Bis dahin hat's nicht gereicht mit dem Holz, ne? Ja, endlich noch ein Lever. Dann machst du das Holz weg. Die Schwachkopp-Teile natürlich noch die wenigen Leverer, die ich hab, zu aufträgen. Ah, ne? Ja. So ist er wieder, ne? Hörbel ist. Da geht mir dann wieder ein Leverer flöten. Aber den brauchen wir auch. Den brauchen wir auch. Schneider ist auch noch nicht. Den brauchen wir auch bald. Ich brauch mehr Leute. Kinders, ihr müsst fertig werden. Ihr müsst arbeiten. Tut mir ja sorry, aber ihr müsst. Wenn auch nicht viel. Ah, jetzt wird er. Jetzt wird er. Dann können wir den schon mal wieder wegpacken. Der eine, der baut, das ist nicht so wild, das schafft das auch alleine. So, damit sind wir hier an der Kapazitätsgrenze auch eventuell runter. Nein, sind wir noch nicht ganz. Ach, die Musik. Wenn das hier mal kurz ruckelt und da oben bei Schnurpserhausen so ein Ladezeichen mal zu sehen ist, dann ist das die automatische Speicherung. So, nicht wundern. Da ist Musu. So, Stockball. Immer noch. 8 von 13. Hörbelist. 8 von 8, 9 von 30, 0 von 12. Das wird noch. Den brauchen wir, damit die Gesundheit wieder hoch geht. Jetzt müssen wir jetzt erstmal einen Boden. Ne, haben wir noch nicht. Oh Leute. Was macht denn mein Bauer? Mein Bilder. Ach, der baut noch Straße. Ja. Die ist auch wichtig. Und hier hinten bist du noch nicht mal angekommen, ne? Naja. Hier? Sieht nicht so aus. Die Häuser sind auch noch nicht abgedeckt. Ja, wir sind noch nie der Kapazitätsgrenze. Na ja, mal gucken. Irgendwann müssen sie ja hier mal wieder anfangen. Und? Machst du hier was? Ne, ne? Du spielst nur. Naja, du bist drei Jahre alt. Wie sieht es denn aus? Late Spring. Später Frühling. Wenn die abgeerntet haben, können die dann weiter loslegen. Dann ist das gut. Die holen dann noch Holz rein. Die holen noch Eisen und Steine rein. Wenn alles klar passt. So, und aus dem Augenwinkel sehe ich, wir sind schon wieder über die Zeit. Ich drücke hier mal Pause. Ich bedanke mich für eure Geduld. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu meinem, unserem Let's Play Panished. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüssi Kowski.